Rosa, die Poesie ist. Das ist Hemingways Geheimnis. Deswegen hielten viele Leute seine Einfachheit. Ich kann Ihnen noch andere Soßen für Ihren Burger bringen. Nein, nein, wir haben alles. Danke, Chantal. Danke. Sieh einer an! Ein 75er Winnebago Indian. Ich hab ihn den Leisure Seeker getauft. Wir haben ein paar schöne Reisen mit dieser alten Rostlaube gemacht. John und ich sehen uns dort Hemingways Haus an, im Key West. Kinder, wir bleiben nicht lange weg. Du weißt, dass Dad in diesem Zustand nicht fahren darf. Wo sind wir? Wir sind nicht zu Hause. Nein, Schatz, das hier ist Pennsylvania. Ach du liebe Zeit, was machen wir denn in Pennsylvania? Da ist etwas, das ich unbedingt noch mit deinem Vater unternehmen muss. Wer ist das? Das ist der Kleine. Er hat einen Namen und der lautet Will. Ja, William. Was sind das für Leute? Deine Neffen und nicht. Nein, das sind deine Studenten. Mein Mann leidet an Gedächtnisschwund. Und ich habe Angst, dass er sich verläuft und ihm etwas zustimmt. John! Springen Sie auf. Da drauf? Was tust du denn auf dem Motorrad? Das ist gefährlich, verdammt nochmal. Versprich mir was. Lass mich nie allein. Ich verspreche es dir. Brauchen Sie Hilfe? Der Pannendienst ist gleich da. Gib die Handtasche. Die ist im Wohnmobil. Da sind nur 8 Dollar drin. Du musst erst doch entsichern, bevor du sie erschießen kannst, Schätzchen. Ist schon erledigt, Schatz. Unsere Reisen waren früher nicht so abenteuerlich, oder? Ich bin so froh, dass wir wieder unterwegs sind. Sind wir im Himmel? Vielleicht. Denkst du, hier gibt es sowas wie Burger? Ich bin so froh, dass wir wieder zurückgehen. Ich bin so froh, dass wir wiederholfen. Ich bin so froh, dass wir hier mal.